hat ich irgendetwas bei dem, ne und der Heli, Pilot da sieht auch aus, hat er Spaß der fliegt glaube ich in den Wald rein ne, im Boden schön ein bisschen langsam bisschen auf stock ja mit dem Pedal und mit dem nicht linearität wir machen alles selber, kaufen tun wir nix stimmt auch wieder mit dem, mit dem Pedal auf nicht linearität gestellt auf zwei dann geht es sogar mit dem Heli mit dem Pedal sogar recht gut ja es war ungewohnt das nur ja beim Heli habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht kann man das ohne Pedal steuern mit einem Joystick Drehung dann so ich flieg dir mal in der ja ich gucke immer gerne vorher ob es gegnerische Helis gibt zum Beispiel den da oben da ist das ein Flugzeug oder ein Heli ich gucke ich gucke du kümmerst dich da und dann greife ich mal die von hinten an bei A sind sie ja okay jolo so verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen ein Gebiet wurde von feindlichen Rufen eingenommen feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen ja da komme ich nicht dran zu hoch hier keine Fahne flieg mal zu C flieg mal zu C flieg mal von euch in der Cobra ja ne ja ich bin wir beide ja ich bin gerade über A aber schon drauf schießen die haben wir gesagt was hat denn honey ist die beige und ich bin oh ich werde beschossen an mir orientieren wo kam der Schuss der Feind siegt wow von da uaach das ist das Heli pflegen du steppst dich hoch das waren jetzt wieviel Serverlines dafür dass ich sterben darf hey du das elite die hier du der die 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 die